Junge, was ist denn das hier? Der große Ibuprofenhandel? Irgendwie ist das jetzt so leise oben. Ich habe das jetzt auch in der Steuerung an, dass ein grauen Sierra offline ablöscht, okay? Was ist denn das jetzt? Alter, was ist denn das jetzt? Ey, was geht denn hier? Was geht denn jetzt ab? Übelst krass. Geil. Es wird sogar weiß auf der Erde, Alter. Das ist das, was ich mal erzählt habe. Wenn hier Schnee liegen würde, das wäre auch geil. Blei, komm ran, mein Bester. Der Blei ist da und bringt Schnee mit. Ich warte auf dich, meiner. So, Pavanlipus, grüß dich. Was, wie, wo, geil. Bild von mir gesehen oder was? Das auch, Pavanlipus. Nackt. Pavanlipus, nackt unter Palmen. Ey, hier, wie es alles einschneidet. Ist das krass, Alter. Alter, das ist ja hammergeil. Also, wir kannten ja schon Wetter-Effekte in Tarkov, aber das hier, das ist, er wies sich vor allen Dingen, wie es auf einmal erst ruhig war. Da hast du gedacht, Alter, stimmt was mit meinem Ton und dann ging auf einmal hier die Welt runter. Oh, Alter, was ist denn hier los heute? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das alles hin tun soll. Kannst erst später, sonst bekomme ich aufs Maul. Okay, endlich Winter. Alter Schwede. Zieht euch das rein. Geile Scheiße. Warte, ich muss mal gucken. Ich brauche noch zwei Scaps. Ja. Achso, Geld habe ich nicht mit. War ja alles voller Ibuprofen. Ist das geil oder was? Das ist ja Wahnsinn. Thomas, grüß dich. Verstehe mein eigenes Wort kaum. Da sind sie zwar im Fachgeschäft der Ibuprofen. Ja. Wahnsinn. Oh, PP-Munition auch geil. Mega, wie sich die Steps verändern. Alles, Alter, eigentlich. Oh, mein ist klar. Oh, mein ist klar. Scheiße, Mann. Mist, mein ganzes Zeug. Mein ist klar. Eine normale Katze. Welch Witzbold. Oh, ganz schön laut. Koch. Oh, mein Es war's. Das war's für heute. Ich hab's gewusst, dass ich direkt wieder hier bin, hätte ich mir das Essen sparen können. Ich hab's gewusst, dass wir hier sind. Ich hab's gewusst, dass wir hier sind. Oh, Klaus, tustig. Hi. Hi. Oh, aber eigentlich hab ich die Fressleiste weggeschossen. Ei. Oh. Ja, das waren schon wieder hier. Oh, schon wieder Action, Junge, auf Wutz. Ein Jusek. Geil. Jetzt brauch ich bloß noch zwei Dog-Tags. Ja, haben wir heute eigentlich schon mal eine erfolgreiche Runde gehabt. Irgendwie so richtig. Naja, doch. Wir haben ein paar Skepsa-Chance und konnten die Quest abgeben. Das war's einzige. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wundere mich, warum hält der eine Axt in der Hand? Aber zwei haben wir weggebügelt. Ein Musik, ein Bärenohr, mein Dogtag, du blöder Scheiß. Du Huren-Scaf, Alter. Bringst mich hier um meinen Erfolg.